Herzlich Willgung, Tagchen ihr Lieben, zu eurer Botschaft. Verliert den Verstand bitte nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Ich sag schon vorher, ich hab heute ne einschläfernde Matschbirne. Mir geht's gut, aber ich bin mich voll müde. Aber jetzt nicht so, dass ich schlafen gehen müsste. Vielleicht nennt man's auch in normalen Kreisen entspannt oder chillig, keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir mal rein, was die Engelbotschaft zu deinem aktuellen Thema sagen könnte. Familienfreundschaft, Liebe betreffend. Mal gucken, ob wir's hinkriegen. Das ist mein Name. Oh nee, das muss aber auch richtig sein. So, heute sind bei uns Sommerferien, Schulzeugnisse. Somit sind ab heute alle meine drei Kids aus der Schule. Ich hätte heulen können vor dem Tor. Ich hab kein Kind mehr, was zur Schule geht. Naja, doch, so halbwegs ist ja immer Berufsschule bei. Aber vielleicht bin ich auch deswegen so gechillt. Da verschwindet wieder so ein Abschnitt, was ja auch gut ist. Schulpflichten erledigt, aber naja, okay. Ganz so ist es nicht, weil nach den Sommerferien ist ja für ihn dann auch herzlich willkommen, Berufsleben. Aber ich glaube, wenn man mich kennt, dann hat meine Kinder immer die freie Wahl, was sie machen, wo das Herz hinschlägt. Und wenn's nichts wird, wird's was anderes. Ihr Lieben, genau so könnt ihr vielleicht auch mit der Energie arbeiten. Wenn es nichts wird, dann wird's was anderes. Das ist jetzt ein Trostpreis. So, danke, Tombola. Aber man muss unbedingt weitergucken. Die Engelbotschaft sagt dir zu diesem Zeitpunkt, der Zeitpunkt stimmt eben nicht. Es kann sein, dass ihr irgendwas vorhattet, ja. Nur wenn ihr resoniert. Ich rede immer so, was die Karten mir mitgeben vom Impuls her. Ansonsten bräuchte ich die Karten nicht. Der Zeitpunkt stimmt gerade nicht, wenn du dich davon angesprochen fühlst. Vielleicht hattest du was vor, vielleicht wolltest du irgendwas angehen. Hast aber selbst so ein bisschen Zweifel und erhoffst du vielleicht auch wieder so eine Wiedervereinigung, Job, Familie, Freundschaft, Liebe. Hier gerade aktuell der Zeitpunkt dafür stimmt nicht. Jeder hat ja von euch irgendwas selbst im Kopf, was man machen möchte. Vielleicht gehört hier noch ein bisschen Vorbereitung zu, ja. Oder auch Zeit, jetzt habe ich nicht gesehen, welche flippt, also warten wir, bis eine rausspringt. Zeit noch für den ganzen Prozess, weil du vielleicht auch durch die Zweifel, die gerade momentan da sind, eventuell eine Entscheidung treffen würdest, die sich hinaus zögert, ja. Wir haben hier, ich sag doch, ich bleib, also vom Samen. Denn es muss jetzt erst mal, deine Zweifel müssen verschwinden, sagen wir es mal so. Wir haben hier Spring und das bedeutet ja wirklich in der Frühlingszeit. Und die Angabe finde ich sehr passend, auch wenn viele die Augen rollen und sagen, oh Gott, wir haben gerade mal Sommer, Frühling, noch so lange. Es heißt aber nicht, dass hier irgendwas erst im Frühling anfängt, sondern es fruchtet, es gedeiht im 2025er Jahr, ja. Hier gedeiht etwas. Das können Prozesse sein, wo du in der Zeit schon ganz woanders bist, weil du es gerade angehst. Es kann sein, dass du einen Mehrwert, ja. Du solltest irgendwie, weil die Zeit, die Zeitpunktangabe, die stimmt hier gerade nicht, du solltest irgendeinen Mehrwert für dich jetzt gerade nutzen, der wichtig ist, um wirklich im Frühling komplett damit abgeschlossen zu haben. Oder irgendwas braucht einfach auch diese Vorphase, ja. Also die Samen jetzt setzen, wäre wahrscheinlich suboptimal, aber du gehst es langsam an, weil irgendwie noch Zweifel da sind, ja. Und deswegen stimmt der Zeitpunkt eigentlich auch perfekt. Man pflanzt ja jetzt auch gar nichts mehr so wirklich ein. Die Zeiten waren im Frühling, ja. Und all das wird dann wahrscheinlich für dich, energetisch gesprochen, im Frühling hier abgeklärt sein. Und du wirst auch schon viel weiter sein, als wie du jetzt mit deiner Energie stehst, ja. Wenn sie quälend oder bedrückend ist oder wie auch immer. Du wirst auf jeden Fall im Frühling, sehr, sehr viele werden im Frühling wissen, dass das der richtige Weg war, den du hier jetzt aktuell angeguckt hast. Es kann schon sein, dass du im Oktober merkst, ja, alles richtig, der Weg, der könnte sich wirklich genau so komplett festigen im Frühling nächstes Jahr, ja. Ja, wir gucken mal, na. Ich habe den Stern schon gesehen, ja, und der war auch ganz normal. Die Wassermann-Energie. Es geht hier um Vision, ja. Du hast hier Vision und natürlich möchtest du, dass hier etwas klappt, dass hier etwas vorwärts geht. Du hast Vision, da muss man jetzt gucken, wo ist dein Handeln notwendig, wo hast du vielleicht auch so ein bisschen Glück oder wo musst du einfach auch wirklich die Zeit dafür noch nutzen. Du hast hier eine Vision, die du angehst und ich glaube ganz stark, dass die realisiert wird, ja. Also Glaube, Hoffnung steckt hier ganz klar wieder drin. Vielleicht auch eine Klarsicht, der Stern bringt auch Klarsichten, ja. Wenn du natürlich, wenn wir uns jetzt vorstellen, der Zeitpunkt stimmt nicht, könnte es sein, dass du es dir so annimmst wie eine bedeckte Wolkendecke, ja. Du kannst die Sterne nicht sehen, weil der Zeitpunkt jetzt gerade nicht stimmt. Aber umso mehr du hier Ruhe reinbringst, in Ordnung reinbringst und die Zweifel wegbekommst, umso klarer wird auch dein Horizont, um diese Vision zu erreichen, ja. Umso mehr siehst du natürlich auch die Sterne, die ja wirklich existieren. Es funktioniert zwar nicht nach den Sterngreifen, aber man könnte es sagen, wenn man wirklich die Vision realisiert hat. Und für mich kommt es hier so vor, als wärst du wirklich in einem Prozess drin, wo sich sehr stark jetzt was umbricht, durchbricht, wo du merkst, du kriegst auch wieder deine Kräfte zurück. Du glaubst, ja. Du kannst auch wieder daran glauben, was vorher wahrscheinlich nicht möglich war, nicht mal ansatzweise. Aber du bekommst hier Kraft, Zufuhr, zuversichtlich. Zuversichtlich bist du. Was haben wir noch? Was machst du hier gerade noch? In welche Richtung geht's? Du arbeitest sehr stark dein Thema mit Verlustangst auf und das, was du nicht halten kannst, musst du verlieren. Wenn es das nicht wird, dann wird es etwas anderes, ja. Das passt sehr schön. Man könnte die Kombi wirklich so sagen, wenn es das nicht wird, dann wird es was anderes. Sehr viel Selbstliebe wird hier bearbeitet, sehr viel Verlustangst, die du vielleicht mit dir trägst. Sehr lange wieder typischerweise an etwas gehalten oder du musstest es halten, weil es finanziell oder aus anderen Gründen hier nicht möglich war, einfach mal einen Cut zu ziehen, als wenn man für sich selbst nur entscheiden könnte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Familien hängen zusammen, sind gezwungen, irgendwie Wege miteinander zu gehen, zu klären. Man kann nicht einfach weg, gerade wenn Kinder da dranhängen oder Enkelkinder oder wie auch immer, da zerbricht meistens immer mehr als nur eine Beziehung. Deswegen sage ich auch immer, seid froh, wenn ihr einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Bindung hattet, wo nicht so viel Anhang war, ja. Weil da wäre es fast ein leichtes, sich von einer Person zu trennen. Aber wenn man hier wirklich noch mehrere Menschen verliert mit einer Person oder mehrere Menschen, weil ein Job nicht klappt oder weil man sich selbst verändert hat, dann verliert man einfach mal auf dem Schlag zwei, drei, vier, fünf Personen mehr. Und das könnte hier wirklich sein, dass du hier in deine Ruhe ankommst. Du kannst es nicht anders handeln, du kannst es nicht ändern. Und wenn es jetzt nichts wird, dann wird es etwas anderes. Du gehst mit dir ganz normal, liebevoll um. Du kriegst hier deine Selbstwerte wieder vermittelt durch dich selbst, die man vielleicht auch sehr oft versucht hat, kaputt zu schießen, ja. Ja, es ist ja auch gerade im Internet so eine Geschichte mit Mäus und Anis. Ich weiß nicht, wer es verfolgt. Wahrscheinlich die wenigsten. Aber ich denke mir teilweise so, oh, Leute. Also, wenn da nicht noch bei weitem mehr hinter steckt, als wirklich nur auf allem rumzuhämmern. Ich finde es ganz furchtbar, ja, dass gerade die beiden sind schuld. Das ist wirklich ein Beziehungsdrama hoch zehn. Die beiden sind beide für mich, haben die ein Ding an der Waffel. Die sind beide für mich toxisch. Und deswegen haben die sich auch beide gefunden, ja. Und das ist das beste Beispiel, wo man denkt so, ja, es ist keiner weniger mehr schuld, ja. Natürlich ist auch Gewalt am Tag gewesen, befürworte ich natürlich absolut null. Es gibt kein Aber in der Geschichte. Ich kann nur sagen, beide in diesem Prozess haben eine ganz, ganz toxische Art. Und ich weiß nicht, wer es verfolgt von euch. Man kann ja da schon gar nicht mehr die Videos umgehen. Viele sind auf der Seite von der Frau. Eben durch die Gewalteinschränkung. Absolut verständlich. Gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Weder Frau hat einen Mann zu schlagen, noch ein Mann hat eine Frau zu schlagen. Nichts von beiden, ja. Die meisten, die schreien immer auf, wenn eine Frau geschlagen wird. Andersrum sind die Modelle aber 50-50 auch in den Haushalten zu sehen. Gar keine Frage, Gewalt, gar nichts, ja. Und trotzdem vermute ich ein leichtes Schauspiel dahinter, ja. Fragt mich nicht, wieso. Weil dieser Mensch, die jetzt gerade da alle hochkrauchen wie Pilze, war mal für eine Zeit lang wirklich weg, ja. Und irgendwie habe ich ein sehr komisches Gefühl bei dieser ganzen Story, als ob man da über Leichen geht. Weil wenn man toxisch und toxisch zusammen klatscht, dann funktioniert man einfach wie Bonnie und Clyde, ja. Man zieht da durch, ohne nachzudenken. Und mir kommt es mittlerweile wirklich wie so ein hässliches Spiel vor. Wenn es nicht geplant ist, was ich jetzt mal da hinstelle, weil das wäre eine üble Nummer, pushen sich auf jeden Fall beide in ein Licht. Weil viele Leute immer daran interessiert sind, Negatives sich anzugucken, ja. Man guckt automatisch. Deswegen habe ich ja auch die Nachrichtenkiste überhaupt nicht an. Aber bei YouTube bin ich ja nun selbst tätig. Und wenn ihr das verfolgen wollt, dann glaube ich, sind viele dabei, die sich denken, ach du Scheiße, da habe ich ja noch Glück gehabt, ja. Nur mal jetzt so als Einwurf. Und für mich kommt die ganze Kiste, ich will keine Sachen aussprechen, Rejekten tun viel zu viele. Und für mein Gefühl auch völlig falsch, ja. Vielleicht steigen sie nicht hinter, aber ich sehe da einen ganz anderen Nutzen. Ich sehe da eine ganz andere Welt von den beiden, die da abläuft gerade, ja. Und von mehreren Menschen. Weil diese Menschen haben mal von YouTube gelebt. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Warum macht man es öffentlich? Und warum sind vor allen Dingen auch so viele dran in diesem Kreis? Neue Singles kommen hoch, dann neue Namen, dann jeder braucht irgendwie was zum Überleben, ja. Aber ich sage nur, es gibt bei Weitem, ich will eure Beziehung oder eure Verbindung nicht hier weniger runterdrücken. Die können schlimm genug sein. Aber ich kenne eure Geschichten ja teilweise nicht. Wobei ich auch durch die Privatlegung manchmal denke so, ach du Scheiße, ja. Was ist da denn abgegangen? Oh mein Gott, ja, da kriegt man natürlich wirklich ein Mitgefühl vom Schriftbild her. Aber ich sage nur, das, was nicht klappt, wird für dich wahrscheinlich sich so gut ändern, dass hier, wenn es nichts wird, wird es etwas anderes. Mach dir hier bitte keinen Druck mehr. Ich habe das Gefühl, du hast dir wirklich sehr viel Druck gemacht, dir selbst durch die Verlustangst. Und natürlich auch den Menschen, die vielleicht drumherum waren und auch schon zu doll involviert, ja. So ein Gefühl habe ich hier. Oder das, wenn ich die Karten so mit reinnehme heute. Es kommt wieder ein unglaublicher Frieden in dir selbst rein. Selbstliebe. Vielleicht hattest du auch lange mit Selbstbefangenheit zu tun. Und verstehst du jetzt das, was du jetzt nicht hast, konntest du ja auch nicht halten, selbst wenn du anders funktioniert hättest, ja. Auf Zwang, etwas zu halten, hat nichts mit Liebe zu tun. Hat nichts mit freiwillig zu tun. Ja, das ist ein Zwang, das ist ein Druck. Es gibt einen Dom und es gibt einen Sub. So könnte man das wirklich sagen. Verlustangst macht in beiden Teilen alles kaputt, ja. Und das ist das Schöne. Du hast es erkannt für dich selbst. Du wirst hier einzelne Teile auch verstanden haben. Wenn du dich selbst lieben würdest oder geliebt hättest in dieser Beziehung, dann hättest du viel mehr klare Grenzen gesetzt. Ich meine, das ist das Hauptthema Nummer eins. Eins ist nichts Neues hier. Aber du verbindest dich damit, ja. Die Liebe zu dir verbindet sich mit deiner Aussprache. Und du lernst hier sehr viel dazu, dich auch mal zu wehren, auch mal zu sagen, wenn du mit Sachen nicht einverstanden bist, Sachen nicht zu unterschreiben, Sachen für dich erst mal zu klären. Du hast immer viel zu viel gegeben, viel zu schnell, ja. Du warst immer viel zu schnell involviert und hattest letzten Endes aber auch nichts davon, ja. Es könnte hier wirklich die Selbstliebe im Rausbringen von dir hier stattfinden und im Frühling auch wirklich völlig gelernt sein, ja. Dass du das komplett für dich angenommen hast. Was verlierst du denn, wenn du ehrlich bist? Du musst es ja nicht rausposaunen, ja. So, der Ton macht die Musik, natürlich. Aber du hast ja sehr viel für dich selbst gelernt, mitgenommen, dass du ein freier Mensch bist, ja. Dich immer wieder zurückholen. Du hast hier eine freie Meinungsäußerung und solltest dich freisprechen können, ohne Menschen damit zu verletzen oder eben auch den Sinn zu verstehen, warum man dir ein Gehirn und einen Mund gegeben hat, ja. Weil das haben ja viele bis heute noch nicht verstanden, warum man einen Geist und einen Mund zum Sprechen hat. Im Herzen fehlt dir natürlich die klare Antwort, ja. Das hundertprozentige. Es heißt, ihr seid betroffen von, dass wieder mal nichts genau geklärt wurde. Aber ich sag mal so, diese Klärung ist für dich nicht angemessen gewesen oder kann auch gar nicht geklärt werden, wenn du vielleicht selbst drüber nachdenkst, denkst. Was soll man hier aufdecken? Was kann geklärt werden, ja? Wenn es wirklich schlimme Sachen gab, die du hier ertragen musstest oder belogen wurdest. Was gibt es für eine Klarheit? Warum, wieso, weshalb? Haben wir sehr oft, ja. Sesamstraße hilft uns auch nur bis zum bestimmten Grad, ja. Ist ja nicht umsonst eine Kindersendung, die ich auch übrigens wirklich sehr liebe, weil ich da sehr viel gelernt habe, auch als Erwachsener, sogar durch die Kinder mit. Aber es bringt dich irgendwann nicht mehr vorwärts, ja. Du brauchst irgendwann wirklich intelligente Angaben, um damit zu arbeiten. Und nicht nur die Grundleistung im Grundleistungsniveau, sagen wir es mal so, ja. Klar, es ist interessant, was in diesem Kopf abging, warum man so mit dir umgegangen ist. Aber du hast es doch auch dafür erlebt, ja. Warum suchst du eine Rechtfertigung? Eigentlich willst du in diesem Moment deinen Menschen entschuldigen, weil du für dich die Antwort brauchst. Du willst in diesem Moment eigentlich wirklich diesen Menschen entschuldigen, damit du es verstehst. Aber du wirst diesen Prozess, glaube ich, nie verstehen, ja. Weil es für dich unverständlich ist, weil du sowas nie machen würdest. Auch hier. Zehn der Stäbe ist angekommen, ja. Ihr Lieben. Raus aus dieser Kummer-Situation, aus dieser Kummer-Energie, bevor es schlimmer wird und du gar nicht mehr den aufrechten Gang hier halten kannst, ja. Könnte psychosomatische Sachen beinhalten. Das könnt ihr nur beurteilen. Aber ihr müsst hier wirklich darauf aufpassen, dass ihr beweglich bleibt. Und Zehn der Stäbe ist eigentlich immer so ein Wachgong. Jetzt wird es aber Zeit, ja. Jetzt wird es höchste Zeit, hier aufzuwachen. Und du erkennst selbst, so funktioniert die Linie nicht mehr. Du musst hier wach werden. Ey, wunderschön. Ich sage euch wirklich zur Zeit, wunderschön. Du musst hier wach werden und du fängst an, aufzustehen, ja. Dein Gefühl. Du verstehst ja auch dein Gefühl, umzusetzen, mit deinem Gefühl umzugehen. Vielleicht war dein Gefühl auch völlig versperrt, ja. Königin der Münzen, ja. Königin der Käthe, Königin der Schwetter, Königin der Münzen. Auch wenn du ein Mann bist, die weiblichen Energien mit einer etwas sanfteren, logischeren Geduld vollziehen können, ja. In allen Prozessen hier. Meinen Gang runterfahren. Ein bisschen logisch für dich hier arbeiten. Etwas anerkennen. Sich etwas eingestehen als Königin, ja. Total schön. Ja, und das, was du dir wirklich eingestanden hast, ist wirklich dieses Zehen der Stäbe, ja. So geht es nicht mehr weiter. Du hältst jetzt gegen mit Taten. Nur mit Worten, das hast du wahrscheinlich schon in deiner Energie von deinem Gegenüber hier die ganze Zeit mitbekommen, ja. Nur in Worten, aber Taten haben gefehlt. Du gehst jetzt richtig schön rein, ja. Du hast verstanden. Es wird wirklich psychosomatisch, ja. Psychosomatisch. Das heißt, dein Körper reagiert auf Sachen. Du fühlst dich müde, weil du die ganze Zeit unter Stress warst. Du kriegst Kopfschmerzen und kannst vielleicht nicht mehr richtig schlafen. Du fühlst dich schlapp, konzentrationsgestört. All sowas, ja. Höherer Puls, muss ich nicht sagen. Aber du merkst, es muss jetzt hier definitiv was geändert werden. Du möchtest einfach wieder für dich selbst da sein, ja. Mit schönen Menschen. Aber in erster Linie auch wieder für dich. Hauptsituation, was dich hier am meisten gebrochen hat, getroffen hat von deinem Gegenüber. Du hattest jemanden, der nicht wirklich sehr mit Ruhe klarkam, ja. Vielleicht, der dich immer wieder aufgewühlt hat. Du wolltest immer dorthin. Du hast immer probiert, deinem Gegenüber hier aufzuzeigen. Wir schaffen das. Komm in die Ruhe. Wir brauchen Ruhe, ja. Du hast es genug, oft genug angedeutet, oft genug gesagt. Wir müssen in die Ruhe kommen. Bleib doch mal ruhig. Werd doch mal ruhig. Nur so schaffen wir es beide, ja. Nur so können wir daran arbeiten. Vielleicht auch sehr viel und off wieder oder Trennung aus dem Nichts, wo du gemerkt hast, du drehst durch, ja. Es ist hier ganz viel Ruhe notwendig gewesen und diese Ruhe hattest du einfach nicht mehr, ja. Vorkehrungen zu treffen, um vielleicht nicht dumme Sachen zu machen. Auch auf der anderen Seite, ja, mit dem anderen Menschen. Dumme Sachen wurden gemacht. Da konnte man keine Ruhe mehr bewahren. Die Ruhe war zerstört zwischen euch. Und das wäre die Verbindung, die du dir hättest gewünscht, in Ruhe Sachen zu klären, in Ruhe zu leben. In der Ruhe liegt die Kraft, ja. Das hast aber auch du nicht mehr geschafft, muss ich dir sagen. Der Zeitpunkt stimmt hier nicht, um all das mit Ruhe zu verstehen. Der Zeitpunkt stimmt vielleicht auch nicht, diese Rechtfertigung zu hören, nur damit sie ein komplettes Bild für dich ergeben. Aber du lässt es wirklich zu, dass dein Gegenüber sich dafür rechtfertigen kann. Dass du die Antworten suchst, um zu sagen, ach so, na dann, ach so, ja, jetzt kann ich es ein bisschen verstehen. Versteht ihr? Ihr rechtfertigt in dem Moment die ganze Scheiße, warum ihr hier die Kartenlegung braucht auf YouTube. Warum ihr kummert, warum ihr Schmerzen habt. Es könnte auch natürlich bei euch ein leidvolles Thema sein, dass ihr noch nie damit klargekommen seid, von Dingen ausgeschlossen zu werden, dass es vielleicht euch selbst sehr wehtut, wenn ihr irgendwelche Sachen nicht sofort wisst oder nicht als Erster oder wie auch immer. Aber wenn es das nicht wird, wird es etwas anderes. Ja, es klingt sehr trocken, ziemlich salopp, ich weiß. Aber für dich zum Auffangen erst mal hier. Du brauchst eine Energie mit Ruhe. Gestern hatten wir eine ziemliche Stabenergie, ja. Die hatte ich hier völlig fertig gemacht. Du hast zehn und neun der Stäbe. Heute sind wir wieder in diesem Modus drin. Du brauchst eine Auffangstation. Du brauchst jemanden, der dich mit Ruhe selbst runterhält, weil du vielleicht auch ein sehr temperamentvoller Mensch bist, ja. So hat man dich aber wahrgenommen, ausgesucht und kann das nicht verändern. Aber in der Ruhe liegt die Kraft auch bei dir, ja. Wir haben hier, ja, wie lernfähig bist du? How teachable are you? Was hast du hier daraus gelernt? Das ist deine Frage. Was hast du hier daraus gelernt? So, ihr Lieben, Achtung, verliert den Verstand nicht durch die Karten, gewinnt an euren Impulsen. Wenn es stimmen sollte und ihr das Gefühl habt, ja, wir gehen rein bei deinem Gegenüber, wir gucken, wenn es nichts mit Liebe zu tun hat, münzt euch das bitte um, ja. Oder auch beruflich gesehen, dass Leute dich vermissen, kann ja auch sein. Oder merken, die brauchen dich. Es kann aber natürlich auch für die Liebe generell oder Freundschaft, Mobbing-Situationen jeglicher Art. Wir haben hier einen Menschen, der unter einem Kindheitstrauma leidet, ja. Und all das rührt aus diesem Thema, wo du natürlich auch nicht dafür verantwortlich bist, deinem Gegenüber die Zeit nehmen zu können, auch wenn du es gerne wollen würdest. Vielleicht weißt du von diesen Prozessen gar nichts oder man hat sich mit ihr unterhalten, du kennst durch tiefe Gespräche auch das oder bist mit dir schon so weit im Reinen, dass du sagst, das kann es ja auch nur noch sein, ja. Hier hat jemand sehr stark gelitten. Und mach deswegen auch wiederholt Sachen, die dir nicht passen, die dir nicht gefallen haben, die du auch nicht verstehen kannst, warum man so reagiert, warum man so geworden ist. Jetzt, ja, wir nehmen mal den Stapel weiter. Was ist da passiert in der Kindheit? Man wurde gar nicht für voll genommen. Wir haben sieben der Kälte. Man hat gar keine Wichtigkeit gespielt. Da war auch sehr viel Schein zum Sein. Man wurde getäuscht als Kind. Man wurde enttäuscht als Kind. Mit Ast der Kälte, die Liebe, die man nie bekommen hat, auf die man ganz lange gewartet hat als Kind. Man hat als Kind wirklich sehr, sehr lange auf diese Liebe gewartet, weil man getäuscht wurde, weil man auch in Liebe getäuscht wurde. Dieser Mensch denkt, es wäre Liebe, wenn man so und so handelt oder fühlt. Hier liegt ein ganz verblendeter, eventuell heute toxischer Mensch, der es noch immer vielleicht nicht verstanden hat, was dazu beigefügt oder beigetragen hat, dass man heute so ist, dass man sehr viel Gefühlsschwankungen erlebt, sehr viel Launenbedingtes hier ertragen muss. Dieser Mensch ist einfach enttäuscht von Menschen in der Kindheit. Es könnten auch wirklich sehr, sehr bittere, böse Geschmackspillen hier drinstecken, dass man wirklich Menschen gesehen hat oder erleben musste, die Zustände, die als Kind wirklich schockierend waren, dass man hier Sachen sehen musste, die wirklich nicht fein waren. Sagen wir es mal so. Ich will gar nicht detailliert rein. Und nee, für alle anderen, ich hatte kein Kindheitstrauma. Ich sage es nur vor sich selber. Nicht, dass, manchmal kommt es ja doch so, dass viele immer denken, zu wissen, wie es mir erging. Ich sage frei raus, bei mir sehen alle die Videos, ja. Ich hatte eine wundervolle Kindheit, aber ich hätte hier wirklich was sehr tiefes, abartiges, ekelhaftes sagen können. Ja, und das wird auch, glaube ich, so sein, ja, dieser Mensch, dieses Kind, wollte einfach nur noch weg. Dieses Kind wollte damals nur weg und hat sich gefragt, für welchen Zweck wurde ich hier benutzt? Aber dieses Kind konnte wahrscheinlich nicht abhauen, ja? Oder hat sich gefragt, was ist hier los? Warum tun wir Menschen sowas an? Warum muss ich dafür leiden? dieses Kind weiß nicht, dass hier wahrscheinlich auch Prüfungen hinter stecken, die man sich wahrscheinlich nicht gewünscht hätte. Aber dieses Kind hatte das Verlangen nach neuer Familie, neue Menschen, neue Liebe, neues Leben. Man wollte flüchten, ja, da, wo man war oder wo man gelandet ist. Also, es sind wirklich Zustände, es ist ein Zustand. Wie denkt man über dich denn heute? Eure Verbindung? Ich weiß gar nicht, wie ich den Titel nennen soll. Ja, man ist nicht mit sich eins. Ja, wir haben hier den, na, den, äh, ja, der Rückzug. Das ist das Falscheste, was dein Gegenüber hier machen konnte oder gemacht hat, sich wieder mal zurückzuziehen. Aber das sind diese temperamentvollen Power-Erscheinungen, ja. Man kriegt ja einfach wirklich wie so ein Flitz, so ein Flitzebogen. Macht Sachen, denkt nicht nach in diesem Moment. Mit der Jungfrau-Energie hat dein Gegenüber aber gerade zu tun, dass man sich falsch fühlt. Man fühlt sich dort, wo man ist, nicht richtig, ja. Man hat keine Ruhe. Man hat sich falsch zurückgezogen. Man kann sich vielleicht auch nicht richtig in Ruhe begeben oder sich richtig zurückziehen. weil man wirklich gejagt wird von seinen eigenen Dämonen, ja. So könnte man das sagen. Man wird durch die ganzen Kindheitsthemen und das, was man heute zu tragen hat, was man Böses oder Schlechtes gemacht hat mit dir oder mit anderen Menschen, man wird wirklich selbst verfolgt und rennt vor sich selbst weg. So könnte man das sagen. Klingt ein bisschen schizophren, aber ist so. Wir haben hier so die Verfolgung von den inneren Dämonen, ja. Und man weiß auch, man kommt nicht so einfach raus, wie man es gedacht hat. Entweder steckt hier ein sehr gläubiger Mensch hinter, mit dem ihr schon Probleme hattet, weil hier einfach das Maß irgendwie in falschen Zügen übertrieben war. Eine Glaubensrichtung. Jedenfalls hält man sich hier durch den Glauben sehr stark, sehr fest. Durch die Erlebnisse, die Erkenntnisse kann man sehr schwer, wahrscheinlich emotional, mit dir abschließen. Irgendwas hängt bei dir dran, was euch sehr stark verbindet. Die Chance, dich zu beschimpfen, gibt es definitiv gerade nicht. Es müsste ein Kontaktstillstand sein. Dieser Mensch ist einfach nur wütend in seinem Geist, in seinem Kopf. Es kommt zumindest nicht real ran, ja. Dieser Mensch ist wütend mit sich selbst. Es könnte sein, dass alles, was hier rauskommt, im schriftlichen oder in den On-Off-Prozessen, dass man selbst gesprochen hat, ja. Dass man sich selbst beschimpft hat, was man eigentlich auch im meisten Fall macht, aber du hast es alles abbekommen, in deiner Version. in Wirklichkeit beschimpft sich dieser Mensch in dem Moment selbst oder war wirklich auch vom Temperament sehr frei, ja. Es kann natürlich sein, wenn man wirklich genervt war, dass man dann dementsprechend irgendwie falsch reagiert hat. Man kommt ja auch nicht weg, man sitzt irgendwie wirklich in der Falle, ja. Wir haben auch hier den Ritter der Münzen, der überhaupt nicht mehr am Flitzen ist, der nicht flitzen kann, der auf jeden Fall nicht in die Richtung läuft oder lebt, dass ein Mehrwert kommt, dass eine Haltbarkeit hier entsteht, ja. Na, können wir die noch halten, ja. Ja, man ist durch, ja. Man sieht nichts. Also dein Gegenüber hat es hier wirklich mit Energien zu tun, man sieht einfach nichts. Man ist zu, ja. So könnte man das sagen. Man ist zu, man ist dicht. Man wirkt vielleicht auch sehr gealtert krank, kann auch sein. Die Sonne steht ja auch immer für Gesundheit oder für den Fit-Level-Status generell, Vitalität, all das, ja. Glückshormone, Glücksgefühle. Es ist hier nichts zu sehen, ja. Vielleicht zeigt man sich auch wirklich nur nachts oder wenn man sich selbst erträgt. Man sieht auch nicht seine eigenen Probleme. Die sind weg. Man sieht sie einfach nicht, ja. Das hat dich wahrscheinlich immer zur Weißglut gebracht. Das Einzige, was auch hier wieder in Verbundenheit reinkommt, dieser Mensch hat eine unfassbare Energie bei dir erlebt. Schon fast schwingungsartig. Ihr habt alle gelacht. Nee, alle nicht. Bei Stereoenergie. Ich fand das Wort auch witzig. Aber so würde ich es auch schon wieder empfangen, ja. Stereoenergie. Das heißt, man kann wirklich nur vermitteln und empfangen mit deiner Energie. Energie, ja. Du warst diesen Menschen wirklich optisch sehr dicht dran, am nachsten, obwohl man dir vielleicht was ganz anderes mitteilt, obwohl man dich vielleicht auch in den Situationen sehr runter und nieder gemacht hat. Aber du trägst einfach eigentlich auch das, was deinem Gegenüber hier bewusst gemacht wird. Das fehlt, ja. Du hast die Energie in Stereo verteilt, dass man damit was anfangen kann. Man hat sie aufgenommen, ja. Man konnte dir dieses Gefühl der Attraktivität zurückgeben. Das war wie eine Resonanzübertragung zwischen euch, die Stabenergie, ja. Da kommt sie tatsächlich doch wieder. Aber du hast hier irgendeinen Wandel gemacht oder bist imstande zu unterscheiden, bei so viel, was du hier erlebt hast, ist nicht mal mehr die Attraktivität für diesen Menschen da. Bei diesen Menschen schon, ja. Diese Vermittlung von dir ist einfach nicht mehr an der Seite deines Gegenübers, dass man damit vielleicht auch sehr viele Launen rauslassen kann. Vielleicht warst du sogar auch der Reiz, dass man erst mal rauslassen kann, ja. Vielleicht hat sich hier jemand dran gestört, an deiner wunderschönen, fröhlichen, frischen, starken Energie. Ja, man ist hier blockiert. Man rennt hier gerade von der Zeit her. Vielleicht deswegen auch der Zeitpunkt stimmt nicht, dass du hier irgendwas machen solltest. Hier rennt man wirklich noch im Kreis, ja. Man rennt wirklich im Kreis. Man wird selbst gezwungen, irgendwelche Sachen aufzuhören, zu stoppen, weil man nicht mehr kann. Man kann nicht mehr. Man hat die Kraft, nicht mehr wegzurennen. Man hat auch nicht die Kraft, zu dir hinzurennen. Man ist kraftlos. Man sieht sein Ziel nicht. Zu viele Bäume im Wald sind in der Zeit gewachsen, ja. Vielleicht ist man auch zu oft gegen die Bäume gerannt. Dann hat man natürlich auch irgendwas am Kopf, erkennt nichts mehr. Man erkennt aber auch wirklich nichts mehr, ja. Außer, dass hier dieses Stereo-Behaftete immer von dir kam. Nur dann, du warst irgendwie der Dynamo, ja. Du warst der Träger von dieser Stabenergie. Seitdem du nicht mehr da bist, bringst du nichts mehr, transportierst du nichts mehr an Lebensfreude. Hier funktioniert es nur noch bei deinem Gegenüber. Und da hat jemand wirklich sehr stark Sehnsucht. Das ist das, was man sucht gerade aktuell. Ich brauche wieder Stabzufuhr. Der Flitzer, ja. Und dafür gibt man alles. Man hält sich hier wahrscheinlich wirklich für so einen Hengst, ja. Oder für einen Schimmel, keine Ahnung. Man hält sich hier wirklich so ein bisschen. Ich kriege schon meine Stabenergie zurück, weil ich deine ja nicht mehr habe. Diese Energie fehlt gerade. Genau diesen Anteil brauche ich wieder. ich gebe alles, ja. Als Person mit Maske oder auch vom Stil, was man vorgibt, täuscht man sich selbst, ja. Man hat hier wirklich so im Kopf, ich bin der Beste, ich bin das Tollste. Und du könntest in dem Moment fünf Sachen aufzählen, die wirklich völlig abartig sind an diesem Menschen, ja. Aber dieser Mensch sucht sich jetzt erstmal die Stabenergie, weil das ist das, was dieser Mensch nicht hat, ja. Das kriegt man nur, wenn es der andere fördert und das hast du immer gegeben. Man merkt, diese Verbindung braucht man wieder, ja. Also ihr habt auch was dagelassen, auch wieder diese hohe Kunst, die hohe Lebenskunst, würde ich fast sagen. Du hast eine Lebenskunst mit reingebracht, vielleicht auch oftmals eine Überlebenskunst, ich weiß es nicht. Wir haben hier eine Verbindung, die steht zu dir. Man weiß, dass du das Level hier auch wieder hoch gesetzt hast. Man sucht nach dieser Stabenergie. Ja, aber damit manipuliert man sich. Wir haben den Magier umgekehrt. Und wir haben auch hier, ja, das ist ja schon strange irgendwie, ja. Man manipuliert sich hier selbst. Es könnte wirklich sein, dass man sich hier mit Dingen abgibt, wo man anfängt nachzudenken, warum du so bist oder warum alles so geworden ist. Es kann wirklich sein, dass man sich viel, viel tiefer damit beschäftigt, als du es denkst, weil man merkt, es klappt hier irgendwie nicht, ja. Diese Stabenergie ist nicht deine. Deine Energie wird nie wiederkommen, das, was man sucht, ja, damit man hier wieder verbunden ist oder auch das Gefühl bekommt, für gewisse Sachen zu leben, zu arbeiten, zu lieben, zu lachen. Dafür, dass es sich lohnt, man merkt, das kann nicht einfach ersetzt werden. Denn man stößt hier wirklich an diesen Punkt, der tendenziell kommen könnte, wird. Irgendwie geht mein Plan nicht auf, ja. Es kann sein, dass sich dieser Mensch mit sich selbst wirklich sehr tief begegnet, sehr tief befasst, durch Videos, durch Gespräche, Kommunikation, jeglicher Art, Aufarbeitung, das kann alles noch reinkommen, aber das fängt auch erst an, wenn man sich selbst bewusst wird, wenn man hier so einen höheren Hang wieder zu seinem etwas stärkerem Glauben, ja, oder man ist hier von etwas wirklich überzeugt und wenn hier kein Glaube hinter steckt, dann ist man das selbst, ja, man ist von sich selbst überzeugt. Man versucht auf jeden Fall hier reinzukommen, warum klappt es nicht, warum finde ich nicht diese Energie, die muss doch schnell zu ersetzen sein, denkt man. und das war eben auch so ein Mensch, sehr wenig Angst vor dem Ersetzen, wo du gedacht hast, mein Gott, der, oder diese Person setzt alles aufs Spiel, ja, was passiert hier? Du hattest immer so Angst darum, aber hier war ein sehr leichtlebiger, leichtfertiger Mensch irgendwann nur noch zu sehen und das hat dir die Ruhe genommen, ja, die du einfach auch brauchtest. Wir haben Verbindung, auch wieder eine Drittperson im Spiel, könnte sein, oder wirklich die Leichtigkeit überhaupt, ja, die Leichtigkeit nicht drin, weil man hier wirklich ein verlogener Mensch war. Ich erinnere noch mal daran, nicht, dass ihr Mitleid bekommt, aber ihr könnt es für euch selbst zum Klären benutzen, das traumatische Ereignis oder die Traumata, äh, die Traumata, die Traumata bei diesem Menschen, ja. Man hat wahrscheinlich gelernt, durch Lügen ist das Leben angenehmer. Schwächen zeigen mir nur noch Schwächen, mit diesen bin ich ja aufgewachsen, denkt sich dein Gegenüber. Es ist ja aber auch eine Unehrlichkeit mit mehreren Personen zu sehen, wo man vielleicht auch jetzt merkt, da kriege ich meine Stabenergie, aber nicht, ja, die mir so wichtig war bei dir. Traumata. Bevor wir Schluss machen, gehen wir noch mal rein. Oh, da hat man viel zu sagen, ja, man wünschte, man könnte wirklich anders sein. You are so different from everyone around me. Ja, man merkt auch, dass die Stabenergie nicht ersetzbar ist, beziehungsweise dein Temperament, dein Lebensgefühl, du auch als Person bist nicht ersetzbar. Man kann dich einfach nicht vergleichen mit anderen, das wird man hier merken, deswegen lag das auch, da hat man sich was vorgemacht mit seinem Abgang, ganz klare Sache, ja. Und people don't believe in me. Ja, und da schließt sich der Kreis, damit ihr das auch versteht, wo ich sagen kann, eine Analyse wäre in diesem Punkt abgebbar, ja, weil das ist genau das, was hier reinhaut, das Kindheitstrauma. Leute haben noch nie an mich geglaubt, weil Leute mit mir Schlimmes gemacht haben, weil Leute mich nicht lieben konnten und dieser Mensch weiß nicht warum. Dieser Mensch ist so groß geworden, ohne dass du die Phase kennst, aber dieser Mensch hat Probleme, ja, liebt dich vielleicht wahnsinnig doll, musste trotzdem weg, wird irgendwann erkennen, was Liebe ist. Das, was man nie kennenlernen durfte, da, wo man von vielen Menschen enttäuscht wurde oder von einer besonderen Person, wird man merken, wer nicht die böse Person in diesem Spiel war, in diesem Fall wahrscheinlich dann auch du, sonst würdest du nicht so viel Energie hier reinsetzen. Es sei denn, ich bitte jeden, der sich reflektieren kann, wenn man Hang hat zum Besitzergreifenden, dann sind das natürlich ganz normale Sachen, die natürlich irgendwann zu einer Trennung führen, ja, aber ich gehe jetzt von dem normalen Fall der Fälle aus, dass ihr wisst, dass ihr hier schon richtig seid, ja, und das wäre der Grund für diese heutige Legung. Ihr sollt bitte zum Auffangen die Lebenskraft zurückbringen und das ist auch die Stabenergie, das Feuer und genau das vermisst man und merkt, das ist nicht ersetzbar, was du reingebracht hast. Das hat man vielleicht immer bemängelt, ja, oder du hast gedacht, man nimmt es nicht wahr. Doch, 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 das Wahrnehmen kommt. Was habe ich gesagt? Wenn es das nicht wird, dann wird es was Neues. Das ist dein Satz. Dein Gegenüber hat dir damit zu tun, wenn es das nichts ist, dann wird es nichts Neues, ja. Wenn es das von dir nicht ist, dann wird es auch nicht ersetzt werden können. Ihr steckt hier in Stereoenergie. Fragt mich nicht, woher das Wort kommt. in Stereoenergie, aber jeder für seinen Teil und jeder zum Vorwärtskommen und für die Erkenntnis, das Ass, was dir hier noch fehlt, ja, ihr Lieben. Dankeschön. Heute sprühen wir mal wieder. Michaela und Ingrid. Von Ingrid war Erzengel Raphael, logischerweise auch Ingrid Auer, aber nicht diese. Und von Michaela war Erzengel Michael. So, Schutz, Mut, Kraft, Liebe, alle drum und dran. Heilung, 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 Heilung. So. Weil Liebe brauche ich nicht so viel sprühen. Lieber Heilung, weil dann kommt ihr wieder in die Liebe rein zu euch selbst, wenn ihr euch wieder selbst lieben könnt. Puh, dann klappt es auch mit der Liebe. Heilen, heilen, heilen. Hier, bei mir sind es Geldscheine. Heilen, heilen, heilen. natürlich nicht, aber auch das muss gesichert sein. Machen wir uns nicht vor. Ihr Lieben, Dankeschön. Heute habe ich auf das Intro verzichtet. Morgen geht es wieder los. Da könnt ihr dann wieder vorspulen und die Augen verdrehen und wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ciao. Adios. Wiedersehen. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist grenzwertig, ey. Ne, ich zwinge mich jetzt gar nicht, dass irgendwas raus soll. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas noch ansprechen zu wollen, aber nur, wir sind ja jetzt hier auch nicht in der Schule, wa? Wenn es nicht raus soll, dann wird es oder soll es auch nicht raus, ja, dann wird es was anderes. Bleibt gesund. Tschüssi. Tschüssi.